Hallo, mein Name ist Max und das ist Teil 3 meiner Arduino Tutorial Serie. Im letzten Teil haben wir gelernt, wie man einen Pin des Arduinos als Output nutzen kann, um einen LED entweder an oder auszuschalten. In diesem Teil möchte ich euch zeigen, wie ihr durch den Arduino Eingaben empfangen und diese an den Computer weitergeben könnt. Wir werden dafür ein Sketch coden, der euch anzeigt, in welchem Zustand sich ein an den Arduino angeschlossener Schalter befindet, also ob er gerade gedrückt wird oder nicht. Wir brauchen dafür einen Arduino, einen 10 Kiloohm Widerstand, ein Breadboard und ein paar Jumperkabel. Für die, die noch nicht wissen, was ein Breadboard ist, einfach kurz googeln, es gibt eine Menge Erklärungen dazu und einen Druckschalter mit vier Beinchen. Solltet ihr etwas davon noch nicht besitzen, empfehle ich euch, dass ihr euch mal auf den Webshops von Konrad, Reichelt oder Watteroth umseht. Dort könnt ihr alle Bauteile finden. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Zuallererst bauen wir unsere Schaltung einmal zusammen. Dafür brauchen wir unser Breadboard. Es besitzt in der Mitte einen schmalen Gang, über den unser Schalter quer aufgesteckt wird. Als nächstes verbinden wir das obere rechte Bein des Schalters mit Pin 2 des Arduinos. Danach stecken wir den 10 Kiloohm Widerstand gegenüber davon in das Breadboard und verbinden diesen mit dem Ground des Arduinos. Als letztes verbinden wir noch das Bein links unten mit dem 5 Volt Pin. Hier seht ihr den Aufbau noch einmal übersichtlich dargestellt. Nun aber ein wenig Theorie. Wenn unser Schalter gedrückt wird, wird eine Verbindung zwischen dem linken und dem rechten Teil des Schalters hergestellt und es kann Strom zwischen den beiden fließen. Ist er nicht gedrückt, so sind die beiden Teile getrennt und es fließt kein Strom. Wenn wir wissen wollen, ob der Schalter gedrückt wird, müssen wir also kontrollieren, ob durch ihn Strom fließen kann oder nicht. Deshalb haben wir den Schalter am rechten Teil mit Pin 2 und über einen Widerstand mit Ground verbunden. Im ungedrückten Zustand liegt daher an Pin 2 keine Spannung an. Der Status des Pins ist daher Low. Der linke Teil des Schalters ist mit dem 5 Volt Pin des Arduinos verbunden. Drücken wir nun den Schalter, so verbindet sich Pin 2 mit den 5 Volt des Arduinos. Der Status des Pins ist nun High. Nun müssen wir nur noch einen Sketch programmieren, der ausliest, in welchem Status sich Pin 2 befindet und dies dann an den Computer weitergibt. Öffnen wir daher die Arduino Entwicklungsumgebung und starten einen neuen Sketch. Beginnen wir mit dem Setup-Teil unserer Sketches. Wir brauchen eine Schnittstelle, über die wir dem Computer den Zustand des Pins mitteilen können. Der Arduino kann mit dem Computer über den Serial-Port kommunizieren. Die Arduino Entwicklungsumgebung hat eine Konsole integriert, über welche man diese Kommunikation sichtbar machen kann. Um eine serielle Verbindung zu starten, schreiben wir in den Setup-Teil Serial.Begin9600. Das startet eine serielle Verbindung mit einer Baudrahte von 9600. Die Baudrahte ist die Geschwindigkeit, mit der Symbole von einem Gerät zum anderen übertragen werden. Hier sind es 9600 Symbole pro Sekunde. Die Baudrahte muss auf beiden Geräten übereinstimmen, da es sonst zu Lesefehlern kommt. Als nächstes definieren wir, dass wir Pin 2 als Input nutzen wollen und schreiben dafür PinMode, 2 und Input. Das wäre es auch schon für unseren Setup-Teil. Wenden wir uns dem Loop-Teil zu. Wir wollen den Zustand des Pin 2 auslesen. Dafür nutzen wir die Methode DigitalRead und geben an, dass wir Pin 2 auslesen wollen. Die Methode gibt uns einen Wert aus. Dieser beträgt entweder 1 oder 0, je nachdem ob der Pin High oder Low ist. Wir wollen den Wert zwischenspeichern und im nächsten Schritt über die serielle Verbindung an den Computer weiterleiten. Dafür benötigen wir eine Variable. Was Variablen sind und welche Typen von Variablen es gibt, werde ich im nächsten Teil der Tutorial-Serie vorstellen. Für jetzt müssen wir nur wissen, dass wir eine Variable des Typs Integer benötigen. Und der Befehl dafür Int Name ist. Wir nennen unsere Variable Schalterzustand, deswegen schreiben wir Int Schalterzustand und füllen diese mit dem Ergebnis der Methode DigitalRead, indem wir ihren Namen und ein Ist-Gleichzeichen vor die Methode setzen. Als letztes wollen wir dem Computer nun den Wert mitteilen, der sich nun in der Variable Schalterzustand befindet. Dafür greifen wir auf die serielle Verbindung zu, indem wir serial.println schalterzustand,deck schreiben. Dies überträgt den Inhalt der Variable an den Computer und teilt ihm außerdem noch mit, dass es sich beim Format des Inhalts um eine Dezimalzahl handelt. Das war's soweit mit dem Code. Probieren wir nun aus, was passiert. Übertragen wir den Code an den Arduino und öffnen dann den Serial Monitor. Der befindet sich hier oben in der Leiste. Wir sehen viele Nullen, das heißt der Schalter ist geschlossen. Drücken wir nun auf den Schalter, sehen wir, dass sich die Zahlen zu Einsen ändern. Wir sehen, dass unser Code funktioniert. Ich hoffe das Video war hilfreich und es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, postet sie einfach unten in die Kommentarbox. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, gebt mir noch einen Daumen hoch und abonniert mich. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.